hallo und herzlich willkommen bei stürme ja heute gibt's türchen nummer vier des wir adventskalenders die ersten drei waren sehr viel versprechen ich bin mal gespannt was ein türchen nummer vier ist türchen nummer vier ist hier und wir öffnen ist jetzt ich bin gespannt ich bin ich und was haben wir ja wir haben hier von raffen original brauerei abfüllung ja klar pilzen kenne ich gar nicht ehrlich gesagt brauerei braunschweig so kommt einer aus braunschweigen kennt diese brauerei und diese hier wie immer hier einen halben nieder und diesmal 4,8 prozent also 0,1 weniger wie sonst ja so ich öffne den jetzt ich öffne den ich öffne jetzt diese dose oder probieren wir mal wie das schmeckt mal gespannt so brust leute riecht ein bisschen stärker wie das erste aus dem ersten türchen ja okay man kann es trinken aber mein mein bier ist es nicht ja türchen nummer vier war das heute mit keinem so berauschendem bier ja was will man erwarten hier sind 24 biersorten drin morgen ist türchen nummer fünf dran und dann kommt türchen nummer sechs mit dem nikolaus nikolaus die die schuhe aus würde ich sagen bis morgen zum fünften türchen schaut bei stürme und op vorbei da habe ich den tops matche text adventskalender ja und vielleicht was dort ein abo da da würden wir uns sehr darüber freuen würde ich sagen ciao und auf wiedersehen